Willkommen zu einer neuen Runde Craft Royale Naja, es ist eigentlich das sinnloseste Fake von Clash Royale aber ich zeige es euch einfach mal ich habe es gerade erst eigentlich runtergeladen ich hoffe es wird viel besser als wie Clash Royale weil dann werde ich zu, naja, Craft Royale umstellen es heißt ja es ist die übelste abgucke aber ich versuche es einfach mal ähm, naja ich, ups, schuldigung machen leiser ok, der Typ erinnert mich irgendwie an irgendeinen anderen aus Clash Royale am Anfang aber egal nein, den setze ich nicht ich setze den hier hinter den das Geräusch kenn ich auch nicht selten ich nur ansehen den ich schon mal gesehen hab der Gegner ist schwach oh ja und wie der schwach ist der Oberlehrer anscheinend will der nur beibringen wie man den killt oh, ich habe eine Truhe und werde die mal kurz beschleunigen was ist der Sound erinnert mich auch an was das auch so verbessere ich erstmal hier die Brenn das Brennendeskelett hier die der erinnert mich aber an was und seine Ballon naja vielleicht werden wir jetzt hier ein bisschen schwerer gegen haben der Pixeltrainer ich hoffe der setzt auch mal was alle hopp alle hopp so, mal gucken was er jetzt macht ich setze ihm noch ein brennendes ein Kampfroboter der mich an einen Minipacker erinnert aber ist ja egal und ich hätte die gar nicht mehr setzen müssen weil der Gegner zu schlecht ist sie ich nenne mich ich jetzt einfach mal ähm 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 gg ich heiße jetzt gg good game naja wird bestimmt die die schweige ich auch mal gucken nichts gutes das ist gut oh Totenbeschwörer mal gucken was denn kann ist ne 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 nicht doch gerade der ist ja sogar hier ganz vorne drin so mal gucken wie sich der Totenbeschwörer so im Fight anstellt mal gucken mal gucken mal gucken mal gucken wie der so ist kann ich gar nicht einsetzen wie langweilig gg gewinnt eine silberne truhe irgendwie ist das voll die abgucke im ernst riesen kiste diese kiste diese kiste juwel so ne abgucke also mal gucken das lecker ist nix tolles oh hühnermänner was sind was sind denn hübner ich bleib ich bleib bei meinem Deck kreinlicher Garten ah guck mal das ist online mal guck mal wie das Spiel spielt geht doch schon recht schnell aber naja ck ich hoffe es wird auch cool punkt 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 ist anscheinend mein gegner erstmal einen roten Busch wir sind verarschen vor die abgucke von der Walküre Jetzt weiß ich eigentlich, was das ist. Das sind Hühner, die einfach Speere werfen. Der ist erstmal Level 5. Kann er ja mal machen. Setze ich jetzt mal einwerfen. Luft. Der wäre bestimmt nicht mehr. Das brennende Skelett. Los. Brennendes Skelett ist dumm. Wie das ganze Spiel. Wie kann der in der ersten Arena eine epische Level 3 haben? Wie oft zieht der die? Wie oft zieht man die eigentlich? Wenn der die schon so weit hat. Das ist alles nur gecheatet von denen. Jo, wahrscheinlich ist er einer Level 3. Ich wollte ja abgucken von der Hexe. Level 5. Das erinnert mich auch an ein Spiel, was ich sehr, sehr cool finde. Na ja, guck mal, was er dagegen macht, wenn da jetzt was kommt. Er setzt nichts mehr, sieht auch nicht. No. Nein. Paul opened dasuri 04. Ja. Ich l pleasantiere. Ich lese das mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, mal gucken, was jetzt hier los ist. Ich weiß, ich war gerade lange still und habe mir auch was überlegt. Und so war, dass wir jetzt noch die Kronentruhe machen. Und danach wollte ich dann eigentlich aufhören. Was dann auch, glaube ich, schlau wäre, weil der kommt ja gerade bei Zombies. Die sind schlecht. Die habe ich direkt am Anfang mal zwei bekommen. Aber GG. Das ist trotzdem mal geil, ne? Sehr geil. Roboter, los! Das böse Mischiefi muss sterben. Es ist ein Kürbis. Und Kürbisse sind böse. Melonen sind gut, aber Kürbisse sind böse. Wieso mussten die das unbedingt mit dem Kürbis machen? Der ist doch nicht raus. Der ist schlecht. Und Kürbisse sind böse. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 das Spiel ist einfach manchmal so ab, weil es so unfair ist. Ja, dann sag ich nur mal kurz, äh, naja, es ist so fucking scheiße. Ich sag nur mal kurz, guck ich noch mal an das Deck. Und jetzt sage ich adios und tschüss.